hallo und willkommen zu einem neuen video in eigener sache es stellt sich die frage warum der herr doktor marcus bühler familienrichter am amtsgericht ulm die täterinnen gegen meine vier kinder schützt indem er den audio mitschnitt den die älteste tochter heimlich angefertigt hat nicht anhören wollte ich erzähle euch gleich mit welcher abstrusen begründung und wie finde kinderverachtenden begründung er dies getan hat vorher kurz noch überblick zu unserem fall die gerichte namentlich des amtsgericht ulm der herr doktor marcus bühler und das oberlandesgericht stuttgart behaupten ich würde unsere kinder schädigen wenn ich mit ihnen mit den kindern über das wechselmodell rede das ist die erziehung zur gleichberechtigung die gleichberechtigung der eltern und die erziehung von kindern in gleichberechtigung wie sowas eine schädigung sein kann wenn man darüber redet verstehe ich nicht insbesondere nicht weil unsere vier kinder immer bei beiden eltern gleichberechtigt leben wollten 50 50 erzogen werden wollten wegen dieser angeblichen schädigung sehe ich drei unsere kinder darf ich sie nur zwei stunden alle zwei wochen unter beobachtung von zwei frauen sehen die älteste tochter dagegen ist im mai 2009 sind schon zu mir geflohen weil sie es bei der mutter nicht mehr ausgehalten hat und ihr kennt ja wahrscheinlich das video in dem ich euch berichtet dass die älteste tochter diesen heimlichen audio mitschnitt gemacht hat und dass ein promovierter psychotherapeut dies als mobbing einschätzt als psychischer druck der mutter der tante und der oma auf alle vier kinder und seine worte lassen den sehr starken verdacht aufkommen dass sich hier um psychische folter und narzisstischen missbrauch an vier kindern handelt und der herr dr markus bühler der hätte davon schon längst wissen können weil meine älteste tochter hat ihm in einer anhörung ende juli diesen audio mitschnitt angeboten sie hat in dieser anhörung des richters in der auch die verfahrens beiständin war übrigens laut protokoll die ganze zeit geweint und hat dem herrn dr markus bühler angeboten auf ihrem handy über einen bluetooth lautsprecher diesen etwa zehn bis elf minuten lang audio mitschnitt vorzuspielen meine älteste tochter hat diesen audio mitschnitt aufgenommen wie sie mir gesagt hat um dem richter zu zeigen was die mama mit den kindern macht und was macht der herr dr markus bühler laut aussage meiner tochter die mir das dann nach der anhörung erzählt hat habe der herr dr markus bühler sie gefragt ob denn die mutter mit dieser aufnahme anverstanden sei und die älteste tochter sagte nein daraufhin hatte herr dr markus bühler wohl gesagt dann will er es nicht anhören und das ist unerhört weil er damit die drei täterinnen die psychische gewalt gegen meine vier kinder ausüben um zu verhindern dass sie ihrem wunsch folgen im wechselmodell zu leben und dies dem gericht mitzuteilen diese psychische gewalt die man gut und gerne auch als psychische folter und narzisstischen missbrauch bezeichnen kann nachdem was der psychotherapeut geschildert hat und seine einschätzung ist hat der herr bühler es für wichtiger erachtet ob die täterin eine der täterinnen die mutter einverstanden ist wenn die tochter ihm beweist was die mutter und die tante und die oma mit den kindern anstellen das ist ungefähr so abstrus wie wenn ein kind übelst missbraucht wird eine videoaufnahme davon hat dem richter sagt ich kann dir das vorspielen oder ihm das vorspielen und der richter sagt ist denn die mutter die dich missbraucht hat damit einverstanden danke fürs zuschauen ich weiß es ist schwer danke dass ihr durchhaltet bis zum ende des videos wenn ihr über neue videos informiert werden wollt dann klickt auf der abonnieren button auf unserem youtube kanal dem freifarm kanal aktiviert die glocke dann bekommt ihr benachrichtigungen über alle neuen videos und falls ihr selber ein fall habt über den wir berichten sollen ein fall am jugendamt familiengericht dann schreibt dann info at freifarm.de und ihr könnt auch spenden um unsere sache zu unterstützen die freiheit für familien dann können wir über noch mehr fälle informieren ihr seht den link zu den informationen wie man spenden kann jetzt im abspann danke nochmal fürs zuschauen und tschüss zusammen so